hi leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge battle skates dark alliance und ich habe tränke aufgefüllt nur dann wer dir bescheid ist die tränke aufgefüllt alles verkauft deswegen habe ich so viel kohle nicht wundern ist halt nur ein weit genug ein spielstand haben um wie heißt um das machen zu können dass sie die konzentrierten heiltränke kriegt beim händler also bei slivers müsst ihr auf jeden fall sein um so weit zu kommen wenn ihr einen guten charakter habt und gut spielt nicht so wie ich so scheiße viele können es für euch sogar einfacher sein mit über 200 tränken durch zu kommen wenn ihr euch bei slivers vollkauft kurz bevor ihr in den onyx turm geht weil man kommt halt aus dem onyx turm nicht mehr raus deswegen so 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 okay so 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 So. ja hab ich und und 20 Kilo Blatt so das 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 könnte in 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 8 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 aber...reicht. Zack. Kein. Ein Panzerhandschuh plus 5. Ja. Nein! Ja. So. Ich trage bereits genug mit mir herum. In meinem Rucksack hat nichts mehr Platz. Zack. So. Ich hab gedacht, da liegen Reildringer rum, deswegen. So. Das ist schwach. So. Oh. Oops. Oh. So. Ja. Hier ganz groß sind wir zu neuen geht's noch. Zack. In meinem Rucksack hat nichts mehr Platz. Hallo. Zack. Oh. Oh. ja kriegen wir dann schon gepacken irgendwie und vergesse ich den passiert mir oft das war stark aber kriegt mich brauch ich ein Schild dass ich jetzt Schild nie verkaufen dürfen egal ich trage bereits genug mit mir herum und die ist voll Nein! Leben geachtet ouch Das ist aber ok. Hm, lass die warten. Oh, das ist ein kleineser. Ja, das ist ein kleineser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Huh? No Umm Hmm Ah, ich brauch noch eine andere Tatfolgen Verdammt Ah, also eine Folge anderthalb Folgen zwei Folgen wenn ich noch die Wege durchgehen will Hier habe ich jetzt einiges liegen lassen Aber Leute, damit würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ich das nächste Mal wieder einschalde, wenn es heißt Let's play Aldo Skates Dark Alliance und Drei 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 Drei